In der Schweiz sind über 100'000 Kinder verdingt worden. Mach jetzt eine Türe auf! Er rieusert noch zusammen. Man hat uns viel als billige Arbeitskräfte benutzt. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Die schauen aber auch, dass er etwas länger herrn hat. Mir geht das Hilfe jetzt sogar. Ich habe mich so gefreut, in eine richtige Familie zu kommen. Aber es ist dann ganz anders herausgekommen. Hey Max! Wie viel von dir so sehr deine Mutter auf die Welt stellt? Du hast ja nicht recht, du bist. Du kannst keine Betriebs. Ich weiss nicht, was sie gemacht hat. Ohne meine Musik. Und auch nicht zu beerdern. Max, du musst keine Angst haben. Der hat keine Ahnung, wie sie zu und her geht. Alle haben es gewusst. Aber die meisten haben weggeschaut. Ich frisse den Deckel nicht mehr! Uäh! Komm nachher! Stopp! Hör auf! Warum kennst du mich? Warum? Weil du viel mehr da bist. Das ist nur eine Geschichte. Meine Geschichte.